Servus Leute, was geht und willkommen beim neuen Video. Ja Leute, ich habe euch etwas mitzuteilen und zwar Leute, werde ich auf diesem Kanal erstmal gar keine Videos mehr hochladen. Ich höre eine Weile mit diesem Kanal auf, warum und warum so plötzlich alles mögliche Leute erfahrt ihr im neuen Video auf meinem zweiten Channel Leute. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mir jetzt einen zweiten Kanal gemacht und warum ich mir einen zweiten Kanal gemacht habe, was da alles kommen wird und so weiter, werdet ihr halt alles jetzt im neuen Video auf meinem zweiten Channel sehen Leute. Der Link davon ist ganz ganz oben in der Videobeschreibung Leute, checkt jetzt das Video auf meinem zweiten Channel ab, um herauszufinden, warum ich jetzt aufhöre und 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 Leute und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem zweiten Channel wieder. Macht's gut und haut rein.